Top 6 Joshua Malek Stehen, komm schon. Jawohl. Viertel Drehung auf Seitenansicht. Jawohl. Druck auf die Brust. Viertel Drehung auf den Mundansicht. Sehr schön. Da und auf der Rufa. Nicht zu viel. Aufstehen. Komm schon. Reifenhörnchen. Sehr gut. Viertel Drehung auf Seitenansicht. Seitenansicht. Ja. Druck auf die Brust. Viertel Drehung auf den Mundansicht. Ja. Mehr raushöhlen. Rund machen. Schulter vor. Viertel Drehung auf Seitenansicht. Druck auf die Brust mehr. Da geht noch was? Sag ich doch. Und nach vorne Frontansicht. Ja. Das waren unsere Männer, Physikathlete mit einer Körpergröße über 1,80 Meter. Die Finalisten, die Top 6, die es bis hierher geschafft haben und die wir jetzt noch einmal wiedersehen werden. Gleich bei der Siegerehrung. Dankeschön, meine Herren. Dankeschön. 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 Dankeschön.